In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der Mediathek des IQSH eine interaktive Aufgabe erstellen können, bei der eine Aussage nach Ihrem Wahrheitsgehalt beurteilt werden muss. Eine solche Aufgabe eignet sich gut zum Wiederholen oder zum Abfragen von Lerninhalten. Wenn Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie auf Eigene Inhalte und wählen im Dropdown-Menü Interaktion H5P aus. Der Aufgabentyp, den wir brauchen, heißt True-False-Question. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Eingabemaske. Bei Titel können Sie eine Überschrift für Ihre Aufgabe eintragen. Optional können Sie unter Medium ein Bild oder sogar ein Video hochladen, das über Ihre Aufgabe erscheinen wird. In unserem Beispiel entscheiden Sie sich für ein Bild mit einer Creative Commons Lizenz, die Sie in den Metadaten auch angeben. Bearbeiten können Sie das Bild über einen integrierten Editor. Sollte das Bild auf einem Endgerät nicht geladen werden können, gibt der Alternativtext eine Orientierung. Mit dem optionalen Maus-Overtext können Sie eine Beschreibung festlegen, die dann angezeigt wird, wenn der Mauszeiger auf dem Bild ruht. Bei Frage können Sie nun die Aussage, die als wahr oder falsch erkannt werden soll, eintragen. Dann stellen Sie ein, welche Option, wahr oder falsch, die richtige Lösung darstellt. In unserem Fall verbleibt die Auswahl bei Wahr. Indem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert. Sie können Ihre Aufgabe nun ansehen und natürlich ausprobieren. Selbstverständlich sind auch Änderungen noch möglich, die Sie mit einem Klick auf Speichern festhalten können. Wenn Sie die Aufgabe nun Ihrer Lerngruppe zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie einfach auf das Medienlisten-Symbol und fügen Sie sie entweder einer schon bestehenden Medienliste hinzu oder Sie legen eine neue Liste an und klicken auf das Plus, um die Aufgabe dort abzulegen. Danach müssen Sie nur noch die Schülerzugänge generieren und sie mit der Medienliste verknüpfen. Übrigens, wenn Sie Ihrer Lerngruppe mehr als nur eine True-False-Question zur Verfügung stellen möchten, gehen Sie einfach auf Interaktion H5P und wählen den Aufgabentyp Quiz aus. Hiermit können Sie so viele True-False-Questions, wie Sie möchten, in einem einzigen Quiz zusammenfassen und je nach Wunsch sogar noch verschiedene andere Aufgabentypen hinzufügen, sodass ein abwechslungsreiches, interaktives Quiz entsteht. Wenn Sie die True-False-Question in ein Video einbinden möchten, ist auch das mit dem Aufgabentyp Interactive Video möglich. Und dann können Sie die True-False-Questions-Questions-Questions-Questions-Questions-Questions-Questions-Questions-Question